Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Abdomen, den Röfo-Podcast. Die Verlässliche Visualisierung der intrahepatischen Gefäße ist für die Bildgebung der Leber und der präinterventionellen Planung essentiell, kann jedoch aus diversen Gründen eine Herausforderung für die CT sein. Beispielsweise kann sich das Timing der optimalen Bildkontrastverstärkung bei Patienten mit akuten oder chronischen Lebererkrankungen als schwierig erweisen. Die Dual-Energy-CT wurde in letzter Zeit mit der Einführung des Dual-Source-Codes wiederbelebt. Die Möglichkeit, gleichzeitig zwei CT-Scans mit verschiedenen Photonen-Energien zu akquirieren, erlaubt algorithmusbasierende monoenergetische Extrapolationen, die zu virtuellen monoenergetischen Bildern, abgekürzt MEI, führen. Um bessere Resultate zu erzielen und um Geräuschunterdrückungen traditioneller monoenergetischer Techniken zu überwinden, untersuchten die Autoren die neuartige Technik MEI+, die frequenzbasiert rauschbehaftete virtuelle niedrige Kilo-Elektronenvolt-Bilder mit Bildern optimaler Kilo-Elektronenvolt aus Perspektive des Bildrauschens kombiniert und so die Vorteile beider Bilddatensätze vereint. Ziel der Studie war es daher, das Potenzial der beiden Techniken MEI und MEI-Plus zu evaluieren und miteinander zu vergleichen. Dazu wurden retrospektiv 25 Patienten in die Studie eingeschlossen. Computertomographien des oberen Abdomens in später Kontrastmittelfase, die im Dual-Energy-Modus mit 100 KV und 140 KV akquiriert wurden, wurden als Modell für eine schwache intrahepatische Kontrastierung verwendet. Es wurden linear gewichtete Mischbilder, traditionelle monoenergetische Bilder, reine 100 KV und 140 KV sowie MEI-Plus-Bilder berechnet. Signal zu rauschen und Kontrast zu rauschen intrahepatischer Gefäße und des Leberparenchyms wurden objektiv gemessen. Subjektiv wurde die Abgrenzbarkeit der intrahepatischen Gefäße von zwei Untersuchern im Konsensus beurteilt und mit portalvenösen Bildern verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass MEI-Plus das Signal zu rauschen von intrahepatischen Gefäßen und des Leberparenchyms verbesserte, sowie Kontrast zu rauschen erheblich verbesserte, verglichen mit traditionellen monoenergetischen Bildern, Mischbildern, reinen 100 KV-Bildern und 140 KV-Bildern. Die subjektive Beurteilung schätzte MEI-Plus bei 40 KV-E gegenüber allen anderen Bildern als überlegen ein. Fazit MEI-Plus ist ein vielversprechender Algorithmus für die monoenergetische Extrapolation, der die Limitation eines hohen Bildrauschens bei niedriger virtueller Kilo-Elektronenvolt überwindet und keine Abnahme von Signal zu rauschen und Kontrast zu rauschen bei niedrigen Kilo-Elektronen verursacht. MEI-Plus ermöglicht eine signifikante Verbesserung der Darstellung von intrahepatischen Gefäßen bei eingeschränkter Kontrastbedingung. MEI-Plus